Was ist eigentlich eine Marketingstrategie? Oder wie kann ich mein Marketing eigentlich strategisch besser aufstellen? Das sind zwei Aspekte, die wir Ihnen heute mal vorstellen möchten in unserem Erklärvideo. Mein Name ist Michael Bernecker, Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und wir denken jetzt mal im Marketing richtig strategisch. Ja, strategisches Marketing, was ist das eigentlich? Ein klassischer Begriff. Ich behaupte ja immer so ein bisschen in die Jahre gekommen, heute sagen wir oft Business Development, also wie wollen wir eigentlich unser Geschäftsfeld weiterentwickeln. So, strategisches Marketing ist eigentlich der Punkt, wo wir sagen, wir versuchen mal darüber nachzudenken, wie wollen wir kommunizieren, wie wollen wir unsere Leistung entwickeln, wie wollen wir unseren Vertrieb vorwärts treiben, wie wollen wir also unser gesamtes Geschäft in den nächsten Jahren angehen. Das ist eigentlich die Kernfrage, die versuchen wir im strategischen Marketing zu beantworten und das kann halt eben so sein auf dem weißen Blatt Papier. Wir sind jetzt Startup, wie machen wir das denn eigentlich? Oder Operation am offenen Herzen, ja, also wir sind etabliertes Unternehmen und müssen uns mal neu ausrichten oder müssen ein neues Produkt einführen, ein neues Geschäftsfeld erobern und, 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 und. Also es macht Sinn, sich mit Strategien auseinanderzusetzen und eine strukturierte Vorgehensweise zu haben, weil nur dann schaffe ich es auch, alle Mitarbeiter mitzunehmen und tatsächlich eine saubere Gestaltungsrichtung zu erhalten. Um das zu machen, ist es wichtig, dass Sie auf jeden Fall mal ein Commitment bekommen mit Kollegen im Unternehmen, zu merken, wir müssen uns mit dieser Thematik mal strategisch auseinandersetzen. Sie brauchen auf jeden Fall eine saubere Vision, also ein Bild, dass Sie sich entwickeln, wo möchten wir eigentlich hin, ja, weil Sie können natürlich ganz viele Aktivitäten machen, aber wenn Sie nicht wissen, da möchte ich hin, wird es extrem schwierig. Ja, und wenn Sie es halt eben auch strategisch ausgestalten, kriegen Sie das Commitment und Sie können es hinterher viel besser umsetzen. Ja, deswegen drei Punkte immer bei uns, ja, also Visionen bilden, Commitment erzeugen und das Thema Umsetzung. Ja, so, also ich lege damit sozusagen die Straße fest, auf der ich fahren möchte. Warum wird es immer wichtiger? Transformation ist ein ganz großes Thema, viele Branchen verändern sich gerade. Der Wettbewerb ist in nahezu allen Branchen existent und stark ausgeprägt, das heißt, wir müssen da gucken, wie wir uns differenzieren können. Wir müssen halt eben Wettbewerbsvorteile erarbeiten, um damit dann halt eben auch in unserer Kommunikation deutlich effizienter vorgehen zu können. Und wenn Sie das nicht strategisch angehen, dann werden Sie da auch nicht weiterkommen. So, drei wichtige Elemente. Erstmal, Sie brauchen eine strategische Planung. Erstmal analysieren, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie entwickeln sich unsere Märkte. Wir müssen irgendwie eine Idee haben, wie wir das implementieren wollen, also der ganze Umsetzungspart. Wer ist dafür zuständig, wer passt auf, dass wirklich auch Strategien verfolgt werden. Und dann das ganze Thema Steuerung und Kontrolle. Also eben nicht nur erstmal nach zwei Jahren gucken, war es das, sondern permanent dran zu bleiben. Wir nennen das heutzutage agile Methoden. Das heißt also, alle Aktivitäten permanent überprüfen, ob sie halt eben auf diese strategischen Ziele wirklich wirken, ob die KPIs da eingehalten werden, ob die Performance stimmt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein bisschen den Begriff transparent machen. Wie gesagt, Marketingstrategien sind Erfolgsfaktor und elementar ab einer gewissen Größenordnung des Unternehmens. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Marketingstrategie. Wenn Sie mal einen Coach brauchen zur Reflexion, ist unsere Strategie eigentlich noch passgenau. Rufen Sie uns einfach an, abonnieren Sie hier unseren Kanal, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, denn wir können das. Und wir würden Sie gerne dabei unterstützen, halt Marketingstrategien auch bei Ihnen zum Leben zu kriegen. und wir würden Ihnen gerne bei Ihnen,